Riesetor! Riesetor! Durch Kirgiakos! Sotorios Kirgiakos! 1 zu 0 für seine Mannschaft! Und was für ein schönes Tor! Und was für ein schönes Tor! Das verlorene Kopfball-Duell, Ausschlag geben und dann macht er das. So was von brillant und akrobatisch. Der lang aufgeschossene Grieche, Seidfalzier in den Winkel rein. 1 zu 93 geht er lang. Und er macht sein erstes Bundesliga-Tor überhaupt.